Yo, hi Leute, hier ist euer Mr.Gunsch, mein Name ist Raphael und willkommen zu einer weiteren Folge und diesmal sind hier mal ein paar Member dabei von der Firm Sion. Die haben heute ein bisschen was gekippt, deshalb sind wir ein bisschen so lustig drauf. Ja, 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 du bist auch so ein Sion, ey. Lern mal Deutsch. Ist, ach, halt die Fress. Ich darf mal zusammenfassen, was ihr verpasst habt, die zwei Behinderten, die Karsten, haben sich gegenseitig überbufft, jetzt hat ein ganz Stück keine Buffs. Ich hab Aids. Ich bin Aids. Ich hab Aids und ich bin Aids. Ich geh nochmal raus. Naja, ich sag mal so. Ach, egal, ich sag gar nichts dazu. Ähm, 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 du bist, meine Güte, manche Leute, man gehört, einfach geschlagen, so wie, so wie, so wie von Dark Knight sein, keine Hase. Äh, was hast du gegen den Namen? Gegen der Kleindarmhase. Hier, da ist Fluffel, Fluffel. Fluffel, 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 Alter. Der, 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 der ist auch so Fluffelloft. Der ist neben den Tank, er stellt sich neben den Tank. Na, und schon mehr Scheiße. Wo hast du gelernt? Äh, zu Hause. Nicht bei dir. Afghanistan. Ja, so ungefähr. Yeah, leveled an, äh, äh. Achso, soll ich mobben? Nein, nein, nein. Das hieß doch du. Ey, wann krieg ich eigentlich BK Buffs? Äh, in einer Minute dreißig oder so. Das hat solche Spasten, man. Den bewachen sich da gleichzeitig ich. Ja, ich geb dir gern BK Buffs, aber ich hab's ja nicht. Ja, du, ah, ich, 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 ich gib's dir auch gerne. Was? Qualitativ wieder hochwertig. Nein, ich geb dir auch gerne Buffs, meine Güte. Ey, aber dein Buff bringt mir halt nix, deswegen. Na und? Ich geb dir ihn dir ja trotzdem gerne. Ich geb dir. Ja, ich will deinen Scheiß nicht. Oh mein Gott. Ja, braucht das Aids nicht. Echt mal. Hab ich schon. David, was machst du? David, was machst du? Er steht gleich nach unten einfach, Eva, in zu nicht. Richtig, richtig perfekt. Lass mal zu Drachen gehen. Ach nee. Ich geh jetzt zum, ich geh zum Ritter. Viel Spaß. Du, 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 du. Na und das ist easy, das schaff ich. Aber ich hab keine Lust. Genau. Das ist easy, ich hoffe, ich hab was kann. Ey, wann, ey, bekomm ich jetzt den BK Buffs? Nee, ich hab auch keine. Ey, ich saß echt Fisch, ich saß welche Fischköpfe, man. Die dürften es in 30 Sekunden wieder haben. Ja, mach leuchten ohne mich, danke. Na, bitteschön. Ey, du machst das doch nicht. Wow. Du brauchst es doch sowieso nicht. Doch, den Scheiß will ich. Achso, den, achso, diesen Scheiß willst du und den haben. Warte, ich kenn dich nicht mal, wer bist du überhaupt? Echt, wer ist denn das? Ich bin du. Hm, du bist Manuel Neuer. Warum hast du ne Maske auf? Alter, ich kann nix machen, die mir vergeht. Ich bin Manuel Neuer. Oder ich bin deine Mutter. Also, wer macht mal vorher dran hier 16k damage oder 8k? Nee, ich mach gar keinen Schaden. Ja, weil du eine Scheiße bist. Ja. Weiß ich so? Ich bin ja der Oberst nicht so. Ich bin ja voller Checker. Ich bin ja voller Checker hier. Muss mich auf 390 nennen. Deswegen hast du das ADM Event auch gewonnen, ne? Ja, ja. Was für ein Event? Der wollte was denn dabei? Nee, nee, der hat das schon verdrängt. Ja, aber wieder bei so. Ja, 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 diese, diese, diese Niederlage. Oder die Niederlage. Oder die Niederlage. Oder die Niederlage. Ja, die Niederlage. Ja, du warst das bei dem anderen Event auch nicht da. Was soll das? Was für anderen Event, man? Hä? Das Suche Event. Was ist das Suche Event? Ja, Alex hat einen Charakter gemacht, den mussten wir in Akt 5 suchen. Ein Scheiß. Der ist so. Ja, Mann. Und wieso habe ich das jetzt nicht erfahren? Hä? Weil du nicht auf dem DS warst. Was? Und da sagt mir niemand. Hä? Wie soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, ich kann nicht auf DS nicht erreichen, ich kann nicht unter Handy nicht erreichen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was ist diese? Internet ist Neuland, danke. Nein, Internet nicht, aber Handy. Ich finde diese ganzen Smartphones sind so unnötig, Mann. Ja, damit kann man keine Fensterscheiben einwerfen, nur mit dem guten Nokia. Genau. Damit wirft man aber auch Panzertüren ein. Ja. Ich hatte mal so ein fettes Nokia, man konnte es gegen... Hast du eine Tür eingeworfen? Ich habe gegen die Wand geworfen und es ist nichts passiert. Ja, ich dachte, deine Wand war da kaputt. Ne, ne. Schade. Aber ich habe sie gegen meinen, ich habe einmal gegen meine Tür geschmissen, da ist jetzt volles Loch. Du hast gegen deinen Bruder geworfen, seitdem hast du keinen Bruder mehr. Ich kenne mal so ein Foto schicken. Also ich habe so einigermaßen versucht, das zu retuschieren, also wegzumachen, aber das ging nicht. Ja, genau. Aber geht nicht mit so Gips und so. Das ging einfach. Das Loch ist aber zu groß. Was? Ich bin da ein bisschen ausgerastet. Deswegen. Eine bestimmte Sache. Oder so ein Aids-Antrag nicht bekommen hat. Alter, diesmal hast du nicht eh vor jetzt nichts. Danke. Ach so, okay. Ach, sollte man das gar nicht so machen? Ach du schon, Phil. Ach du schon, Phil. Weiß das, egal, Phil. Phil hat dazu jetzt sein Loot-Buff. Nein, das finde ich nicht geil. Nein, 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 nein. Aber Raphael fällt dir nicht auf, dass Phil 7 plus 9 Bau hat, aber er nur 5 plus 5 Bus drum. Ja, läuft bei ihm. Ich habe nicht so einen Mau. Ja, ich bin vor ihm weggelaufen. Genau, da haut er ganz dahinten alleine drauf. Ich weiß nicht, wenn du hier meinst. So, ich habe nicht mal irgendwas draufhauen. Ich auch nicht. Beste WKs. Ich habe dafür du dir gesagt. Ja, sorry, das muss aber sein. Und ich muss mal, was du hab' Gedicht geschrieben. Alter, wenn du so hart drauf haust, dann tue ich einfach noch einen Mom. Kann dir machen, machen sich das Seelenstein für mich? Nicht für dich. Aus dem, wie soll ich, kann ich es nicht antauschen, du, Gollum. 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 Ich bin süß. Was? Süßkind? Also, Peter. Du enttäuscht mich. Peter. Peter. Wenn ich bitten darf. Die einzige Ware. Ja, bist du? Ja, les mal die Es. Ja, Hähnchen. Ich habe schon... War ja Raphael. War ja Raphael. Wieso denn zu diesem? War ja Raphael. Ist mir egal. Man sollte nicht die Namen von anderen nachmachen. Hä? Was nachmachen? Nachmachen. Was du meinst? Klauert. Klauert. Kommst du heute noch weiter. Hier. Bisschen Dieb. Hey Leute, Leute. Was ist, was ist ein Pole ohne Arme? Arbeitslos. Eine Vertrauensperson. Laune. Arbeitslos. Arbeitslos. Arme. Arbeitslos. Arme. Arme. Halslos. Du find's wird nicht lustiger, wenn du es wiederholst. Ich weiß. Er, 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 er find's innerlich lustig, auch wenn man nur Apfel sagt. Apfel. Boah, können die mal die Feuerdrachen umhauen? Das kannst du doch selber machen, oder nicht? Ja, okay. Du bist doch selber. Geht einfach weg, ich hau die um. Dk, famdk, raus. Kann man ja drinnen bitte buffen, danke. Ich buff auch wieder. Ich hab' jetzt zwar mein, ich hab' mein Wolf, mein Wolf, 2 und David gegeben, aber, er war nicht so froh. Wie bitte? Wir bitte? Nein, 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 nein. Du bist ja, du bist ja jetzt mal ganz leise, ja? Wie bitte? Ich bin der Verwalter, hör' die Fresse. Wie bitte? Ich schieb' dir jetzt mal scheiß'n Lut, mir ab. Wie bitte? Wie bitte? Das ist doch scheißegal. Tim, komm her. Wie bitte? Unser Spezialist fehlt noch. Hey, habt ihr Haustierputter? Hey, habt ihr Haustierputter? Prost, nee. Wie, nein. Äh, hier. Ich hab' ich aus dem Spiel geklaut. Ich hab' Glocken, falls du mich brauchst. Wir brauchen LTT keine Glocken. Glocken? Jetzt, jetzt David. Also, 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 du füll' hat nur eine Glocke. Äh, okay. Äh, dann bitte bist du. Also, ich habe es in 25... 26 Glocken. So viele. WK-Bobst? Ne. Bitte, danke. Doch, hier, das ist ein Befehl. WK-Bobst. David. Ich hab' meinen WK-Bobst. Ich hab' meinen WK-Bobst noch nicht. Ja, mach doch mal WK-Bobst hier. Wow. Ich hab' den, ich hab' den, ich hab' Wolf und ich hab' den. Bei mir nicht, Alter. Bei mir immer. Also, bei mir nur halt zweimal Verspätung in den eineinhalb Jahren jetzt, aber... Ja, bei mir auch mal zweimal Verspätung. Pro, äh, kack. Ding. Na, aber keine Scheiß. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Alter, verpiss dich mal da, dieser hessiger WK-Bobst. Ich hab' mich mal verpissen, ne. Kommt da so voll hinterhält sich, man. Wie so ein richtiger Pädo, ey. Schmerren. Du bist der Ober-Pädo. Nein, wieso? Ja, jetzt wird's hier wieder guter Arschling. Du spiel. Hm. Dieser hessige WK-Bobst selbstwelsen ist. Bisschen Spaß. Bisschen Spaß. Bisschen Spaß. Bisschen Spaß. Wieder kommt nur so richtig. Ich hab' dich. Ich hab' dir überhaupt keine Angst. Hm. So, ich hole mich überhaupt da mal ein bisschen. Ja, jetzt morgen kannst du mit. Keine Ahnung, ich werde dich schon nicht morgen. Dankeschön. Ja, bitte, mein Sohn. Bitte, mein Sohn, Alter. Danke, jetzt hab' ich's Leuchten nicht. Happy Birthday. Spielt jemand hier Pokémon? Ja. Welches? Im Moment, äh, Dingsbums, Rubin. Rubin? Ja. Mal's Rubin oder, 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 oder Omega Rubin? Ja, der Ultra Mega Rubin. Ging's. Rums. Ach, verpiss ich, mein, du bist du kein wahrer Pokémon-Spieler. Dein, 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 dein Damage ist ja lächerlich. Mit dein, mit dein, mit dein, mit dein Plus 15 Wicker. Ja. Ja, bisschen back, weißt du. Ja, sicherlich. Ich hab' nicht. Ja, ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschau!